Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StundoGaming und heute schon mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FC24. Und ich würde mal sagen, wir drücken hier mal direkt auf Weiter. So. Okay, ich habe Polen abgeraust. Gut. Warte, das können wir mal kurz lassen, weil dann komme ich da besser hin. So. Okay, also viele Sachen abgeraust, anscheinend. Wir sind jetzt auf Platz 6. Warum nur auf Platz 6? So, weil wir das eine Spiel jetzt hier gerade noch nicht gespielt haben. Gegen Augsburg, da starten wir jetzt rein. Und eröffnen, dass wir siegen. Wäre natürlich geil. Unser heutiges Spiel verspricht eine Menge. Es ist ein Duell, das die Fußballwelt seit Tagen elektrisiert. Wir zeigen... Ich muss mal hier kurz den Kommentator wieder ausschalten. Und der geht sonst einen auf den Sack. So. Okay. Jetzt können wir fortsetzen. Let's go. Anstoß habe ich. Aber habe ich denn jetzt Anstoß? Okay, das war Kacke. Das war komplett Kacke. Okay, die geben sich schon Mühe, dass ich kein Tor schließe. Immer im März. Okay, so. Na. Der war leider zu lang. Der war eigentlich geil, aber er hat gehalten. Das war ein bisschen blöd, egal. Kriegt noch unser Tor. Das war leider Frosten. Hä, er hat doch gehalten. Warum kriegt er denn jetzt Abstoss? Egal. Okay, so. Ja, natürlich kriegt er jetzt den Ball, ne? Scheiße. Oh, danke. Es steht hier einfach 0-0. Warum? Hä? Wie kommt er denn jetzt schon wieder an den Ball? Ja, ich kriege noch einen Anfall. Elfmeter. Das war sowas von ein Foul. Den hat man gerochen schon. Okay. So. Bitte rein da. Bam, Alter. Da ist das erste Tor für den FC Stando. Geil, geil, geil. Das ist geil. Okay, weiter geht's. Okay, so. Ups. Tö. Da habe ich also den falsch geschossen. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. Mann. Okay. 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 Okay, erste Halbzeit rum. Mal sehen, wie die zweite wird. Ich hoffe, ich hoffe natürlich gut. So. Hallo. Ha, der war zu kurz. misst das ist müsst hallo zum glück kein 1 1 muss dieses spiel heute gewinnen das hat er doch mit absicht gemacht was da passiert somit absicht gemacht er kommen schießt jetzt brauchst fünf sekunden um erst mal zu schießen jetzt müssen wir auf jeden fall noch ein zweites schließen was warum bauen die auch zu zweit das scheißdings zu soll man da denn nach schießen können was sei da da haben sie ihre antwort so let's go das ist mein ganzes total ist da Weiter geht's. Okay. Mist, er hat sich reingestellt. Mann. Wieso kommen die denn jetzt immer an jedem Ball? Ja, Junge, natürlich kommst du da an den Ball. Ey, das ist so behindert. Oh, hab ich dir die Beine weggezogen? Musst du jetzt weinen? Da unten auf dem Boden, Alter. Junge. Okay, so. Okay. Batz. 3-1, Alter. Das war's auch. Mist, ich hätte so schießen müssen. Egal, wir haben trotzdem gewonnen. Geil. Zwei Tore noch hinterher geschossen. Wir machen kein Interview, weil die Interviews sind immer nur gleich. Okay, wir gucken uns mal kurz die Neuigkeiten an. Äh, News natürlich, so. Okay. Ach, ah, es ist sogar bei mir im Team, okay. Gut, weiter. Ich will kein Transferangebot. Nein, kein Transferangebot. Ich weh niemanden für, für Dingsen. So. Danke. Uah. Ups. Warte mal, was? Letzte Frist für wen? Ach so, wegen Dings, okay. Okay, okay, okay. Ja, Leute. Wenn euch das Video bis her gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auch mal mit dem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Trauer. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.